Das nächste größere Thema, was wir haben, ist das Nutzen von Bildern in Writer. Das wird sicherlich auch häufiger mal vorkommen. Da gucken wir uns mal an, wie wir Bilder in Writer einfügen können, wie wir die Dinger skalieren können, also größer oder kleiner machen, wie wir die zuschneiden können, wenn irgendwas drauf ist, was wir nicht haben wollen, wie wir Bildumläufe gestalten können, das heißt, wie der Text sich verhält in der Nähe des Bildes und wie wir diese Bilder verankern, also deren Position festlegen können. Starten wir mit dem Einfügen von Bildern. Grundsätzlich haben wir drei Möglichkeiten, wie wir in den Writer Bilder einfügen können. Wenn wir zum Beispiel ein Bild auf der Festplatte haben, so wie ich jetzt hier dieses schicke Bild von einem Multimeter, dann können wir das wirklich einfach per Drag & Drop reinziehen. Das heißt, ich ziehe es irgendwo im Text an die Stelle, wo ich es gerne hätte. Reingezogen, Bild ist da. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante wäre, folgendes zu nutzen. Unter Einfügen, Bild, kann man jetzt hier einen Pfad angeben, sich das Bild raussuchen, sagt Öffnen und auch da fügt er das Bild gleichermaßen an der Stelle des Cursors ein. Die dritte Variante ist das Nutzen der Windows-Zwischenablage. Dafür brauchen wir erstmal irgendwie hier zum Beispiel jetzt einen Browser. Das Bild liegt noch irgendwo im Internet. Ich habe es jetzt auf so einer Bilderseite gefunden. Dieses Bild kopiere ich jetzt in die Zwischenablage, indem ich einen Rechtsklick mache und sage Grafik kopieren. Habe es jetzt in der Zwischenablage, gehe irgendwo ins Dokument und sage Rechtsklick einfügen bzw. drücke STRG-V und das Bild taucht an der Stelle auf. Das sind so die drei wesentlichen Varianten, wie man es machen kann. Also ich mache es meistens per Drag & Drop. Gut, jetzt haben wir dieses Bild und jetzt fällt uns vielleicht auf, dass uns das zu groß oder zu klein ist. Hier drumherum gibt es so kleine grüne Quadrate, wenn wir das Bild markieren und die sind dafür da, das Bild jetzt größer oder kleiner zu machen. Nehme ich eins der Eckquadrate, dann kann ich das Bild größer oder kleiner machen, ohne dass sich das Größenverhältnis verändert. Nehme ich eins der oberen oder eins der seitlichen bzw. unteren, dann kann ich das Bild quasi stauchen. Das sieht meistens nicht schön aus, also üblicherweise sollte man hier diese Eckquadrate nehmen, dann verändert das sein Seitenverhältnis nicht und sieht immer noch vernünftig aus. So können wir es jetzt ein bisschen schrumpfen. Eine andere Variante, die man nehmen kann, um das Bild größer oder kleiner zu machen, ist ein Rechtsklick und Eigenschaften. In diesem Falle geht ein Dialog auf, der jetzt intelligenterweise auf meinem anderen Monitor gelandet ist. Hier können wir quasi unter dem Reiter Zuschneiden Zahlenwerte eingeben. Das gilt auch für die Skalierung, also wir können hier Prozentsätze angeben, um die wir irgendwie das Bild verkleinern oder vergrößern wollen oder können hier wirklich in Zentimetern angeben, wie wir was oben unten links rechts abschneiden wollen. Manchmal ist das sinnvoll, oft auch nicht. Oft reicht es das irgendwie mit einem Klick und mit der Maus zu machen. Wenn wir jetzt also unser Bild in der richtigen Größe haben, wie wir es haben wollen, ich mache es hier mal ein bisschen kleiner, müssen wir uns um den sogenannten Bildumlauf kümmern. Der Bildumlauf beschreibt jetzt, wie sich der Text um das Bild herum verhalten soll. Was wir hier gerade sehen, und das ist die Standardeinstellung, wir fügen das Bild ein, der Text erzeugt Umbrüche auf der linken Seite, das hier ist übrigens ein Absatz, ich mache ihn mal weg, erzeugt Umbrüche links des Bildes und rechts taucht kein Text mehr auf. Wenn wir jetzt das Bild weiter nach links rüber schieben, dann wird das immer schmaler, also der Text wird immer schmaler. Und irgendwann kommt ein Punkt, da springt der Text quasi über das Bild rüber. Und das passiert immer dann, wenn jetzt auf der rechten Seite mehr Platz ist als auf der linken. Man merkt das vielleicht, also links ist jetzt weniger Platz als rechts, deswegen setzt er den Text automatisch rechts. Wenn wir hingegen das Bild relativ weit nach rechts schieben, ist links wieder mehr Platz als auf der rechten Seite, also setzt er den Text links. Das Ganze findet man unter Rechtsklick Umlauf und dann nennt Writer dieses Verhalten den optimalen Umlauf. Optimaler Umlauf soll also heißen, er sucht sich die Seite des Textes aus, indem er guckt, wo er mehr Platz hat. Wir könnten jetzt auch sagen Umlauf links beispielsweise, dann würde er den Text immer links setzen, egal wie weit wir das Bild rüberschieben. Gleiches können wir natürlich auch mit Umlauf rechts tun, indem er den Text jetzt immer rechts setzt, egal wie weit wir rechts sind. Irgendwann bleibt halt kein Platz mehr für Schrift, dann bricht er alles runter, aber solange er noch irgendwie kann, setzt er den Text rechts davon. Eine andere Variante, die man nehmen kann, ist der sogenannte parallele Umlauf. Da setzt er die Schrift quasi links und rechts und setzt das Bild mehr oder weniger dann in der Mitte da rein. Das kann man auch vielleicht ab und zu mal brauchen. Ich glaube, relativ trivial ist der Begriff kein Umlauf. Dann macht er eben keinen Bildumlauf, sondern setzt den Text wirklich nur zeilenweise drüber oder drunter. Das heißt, in der Zeile des Bildes werde ich niemals Text finden. Das ist ganz gut, wenn man Bilder mal so exemplarisch absetzen möchte und wirklich die irgendwie hervorheben will. Dann bietet sich so ein Verhalten an. Eine etwas seltsame Funktion ist der sogenannte Bilddurchlauf. Dann tut er einfach so, als sei kein Bild da. Das heißt, der Text hängt jetzt dahinter, man kann ihn auch nicht mehr lesen. Und das Bild hängt da irgendwie oben drauf. Das ist eine Funktion, die man sicherlich nur in eher speziellen Fällen brauchen kann. Zum Beispiel bei transparenten Bildern kann das schon mal Sinn ergeben. Das nächste, was wir jetzt noch brauchen, ist die sogenannte Verankerung. Wir müssen jetzt quasi Writer noch sagen, wo das Bild eigentlich sitzen soll auf der Seite. Wir haben es zwar jetzt irgendwo hingeschoben, aber Writer braucht jetzt irgendeine Information, wo dieses Bild ist und wie sich das Bild verhalten soll. Wenn wir beispielsweise Inhalte davor oder dahinter einfügen, soll es auf der Seite so stehen bleiben oder soll es mitwandern? Die Standardoption ist die folgende, oder das Standardverhalten ist das folgende. Das sieht man noch besser, wenn man den Umlauf mal wieder vernünftig setzt. Ich nehme mal wieder den optimalen Umlauf. Wenn ich vor dem Bild irgendwas eintippe, Leerzeilen, dann wandert das Bild mit. Das ist eigentlich auch relativ logisch. Wenn ich unterhalb des Bildes irgendwelchen Text einfüge, ich sage mal hier, oder Neue Zeilen, wandert das Bild nicht mit. Auch das scheint logisch. Wir finden verschiedene Optionen der Verankerung. Wenn wir einen Rechtsklick machen und nochmal auf die Verankerung gucken, da finden wir nämlich vier Möglichkeiten. Zum einen können wir das Bild an der Seite verankern. Das ist eigentlich das, was am leichtesten zu verstehen ist. Dabei bezieht sich die Position wirklich auf die gesamte Seite. Das heißt, ich sage ihm, wo das Bild auf der Seite liegen soll und da bewegt es sich auch nicht weg. Völlig egal, was man oben oder unten drunter macht. Ich füge hier massig Zeugs ein und das Bild bleibt, wo es ist. Eine andere Variante ist die sogenannte Verankerung am Absatz. Das war das Verhalten von eben. Dazu sage ich, wo das Bild, an welchem Absatz das Bild geklebt werden soll. Und wir sehen, es entsteht hier so ein kleiner Anker. Den sehen wir hier. Und diesen Anker, den können wir verschieben, indem wir das Bild verschieben. Hier sagen wir jetzt quasi, an welchem Absatz wir das Bild andocken wollen. Ich docke das jetzt mal hier an dieser Stelle an das Labornetzteil an. Besser gesagt an den Absatz, wo das Labornetzteil drin steht. Und wenn wir jetzt vor diesem Absatz Inhalte einfügen und leer teilen, dann wandert das Bild mit. Wenn wir unterhalb dieses Absatzes Inhalte einfügen, wandert das Bild nicht mit. Auch das ist ein relativ brauchbares Verhalten. Eine Besonderheit ergibt sich allerdings, wenn wir direkt an die Stelle des Ankers gehen. Also wir sehen hier, der Anker sitzt am Anfang der Zeile. Und wenn wir genau an diesen Anfang der Zeile springen und hier einen Absatz einfügen, dann bleibt der Anker, wo er ist. Das heißt, ich habe jetzt einen Absatz eingefügt. Hier ist jetzt ein neuer Absatz und hier hängt jetzt auch der Anker. Das sehen wir hier. Das heißt, wenn wir hier jetzt was einfügen, wandert das Bild nicht mehr mit. Gehen wir hingegen wieder vor diesen neu eingefügten Absatz, zum Beispiel hier hin und fügen was ein. Dann wandert das Bild wieder mit. Das machen wir mal rückgängig, denn diesen Absatz braucht man eigentlich nicht. Der stört ja eigentlich nur. Mein Gott, ich glaube, ich mache es schneller manuell als per rückgängig. Und wir haben wieder am Absatz verankert. Eine dritte Variante der Verankerung finden wir am Zeichen. Wir können jetzt auch sagen, dieser Anker soll sich auf ein konkretes Zeichen beziehen. Dazu wählen wir das Bild aus, schnappen uns den Anker und sagen, okay, ich möchte das jetzt irgendwie an das U vom Multimeter heften. Wenn ich jetzt vor dem Multimeter was eintippe, ich sage mal hier, und baue hier Absätze ein, wandert das Bild mit. Wenn ich hinter dem Multimeter was einfüge, wandert das Bild nicht mehr mit. Kann auch mal Sinn ergeben oder auch nicht, muss man sich überlegen. Die letzte Möglichkeit ist die Verankerung als Zeichen. Und dann wird das Bild genauso gewertet wie ein normales Zeichen, wie ein normaler Buchstabe in der Zeile. Dann passieren auch ganz kuriose Dinge. Nämlich, jetzt wird es wirklich als Buchstabe gesetzt. Man sieht, es verhält sich hier irgendwie wie ein Buchstabe. Und entsprechend wandert es auch mit, wenn ich davor irgendwas schreibe. Dann wandert es nach links und rechts. Wenn ich Enter mache, dann wandert es in die nächste Zeile. Und jetzt ist wirklich ein Buchstabenverhalten da. Kleiner Tipp, das kann mal Sinn ergeben für Formeln. Wenn man Formeln in Text setzen will, dann kann genau dieses Verhalten schon mal Sinn ergeben. Bei Bildern eher nicht so. Also mache ich das auch wieder weg. Und sage Verankerung im Absatz, so wollen wir es haben. Grundsätzlich ist die Sache mit der Verankerung schon mal ein bisschen tricky und ein bisschen schwierig. Da muss man davon zu mal experimentieren, was jetzt wirklich das Optimum ist. Und ist manchmal auch ein bisschen frustriert, wenn sich doch alles nicht so verhält, wie es sich verhalten soll. Ein kleiner Zusatz noch. Und zwar kann man noch die Ausrichtung am Anker einstellen. Und zwar ist es jetzt so, dass hier in diesem Beispiel der Anker hier oben sitzt. Und das Bild quasi bündig oben mit dem Anker abschließt. Das kann man noch einstellen. Man kann hier unter Ausrichtung sagen, oben am Anker ausrichten, mittig am Anker ausrichten und unten ausrichten. Ich mache das jetzt mal mittig. Würde jetzt also heißen, er schiebt das Bild quasi mittig zum Anker hin. Entsprechend bedeutet unten, wo ist es? Dass er das Bild jetzt quasi unten am Absatz entsprechend ausrichtet. Achtung, es war jetzt ein bisschen schlecht formuliert. Er richtet es nicht am Anker aus, sondern am Absatz. Denn der Ankerpunkt ist ja der gesamte Absatz. Das heißt, wir sind jetzt hier unten bündig mit dem Absatz, eben waren wir oben bündig mit dem Absatz. Also nochmal zum Vergleich. Oben am Anker ausrichten, dann macht er das Bild oben bündig mit dem Absatz. Und zu guter Letzt noch eine kleine Sache, die per Default, meinem Empfinden nach, in LibreOffice Writer nicht optimal eingestellt ist. Dazu nehme ich nochmal das Bild, wechsle nochmal den Umlauf und sage nochmal Paralleler Umlauf. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann stellen wir fest, dass hier auf der rechten Seite der Text extrem nah am Bild auftaucht. Hier die Anführungszeichen beispielsweise, die klatschen wirklich direkt ans Bild. Auf der linken Seite fällt das nicht so auf. Das fällt aber nur deshalb auf der linken Seite nicht auf, weil wir hier diesen Flattersatz haben. Angenommen, ich würde hier Blocksatz setzen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Manuell, was man übrigens nicht tun sollte. Dann fällt auf, dass auch hier die Buchstaben quasi im Bild schon drin hängen. Das ist eigentlich nicht schön. Und das kann man aber auch beeinflussen, beziehungsweise dauerhaft verändern. Dazu gibt es jetzt tatsächlich eine sogenannte Rahmenvorlage. Die Rahmenvorlage ist ebenfalls eine Formatvorlage. Wir sehen, ich habe hier wieder die Formatvorlagen offen. Und wenn ich ein Bild anklicke, dann wechselt er hier in die sogenannten Rahmenvorlagen und in die Bilder. Das heißt, per Standard hat so ein Bild einen Rahmen und der ist ein, ja, originalerweise Bilderrahmen. Wenn ich jetzt in diesen Bilderrahmen reingehe über Ändern, dann finde ich hier die Möglichkeit, dass ich den Innenabstand verändere. Das heißt, ich kann hier zusätzliche Abstände einfügen. Standardmäßig ist hier Synchronisieren aktiv. Das heißt, er macht es oben, unten, links, rechts, überall gleich. Und wenn wir hier jetzt mal so 0,2, 0,3 cm einfügen, dann merken wir, dass hier der Abstand erheblich größer geworden ist. Ich mache nochmal hier einen manuellen Blocksatz rein. Und jetzt merkt man ja, jetzt sind die Buchstaben wenigstens ein bisschen von dem Bild entfernt. Das ist meiner Meinung nach eine Einstellung, die kann man eigentlich direkt in dieser Bildervorlage fest implementieren. Denn sonst sieht es eigentlich immer relativ hässlich aus. Also bei mir ist das Default mäßig jetzt auf 0,2 eigentlich immer. Und damit fahre ich persönlich ganz gut. Ja, das war es eigentlich zum Thema Bildereinfügen. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Wenn euch noch irgendwas fehlt, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank. Bravo.